Okay, bin unterwegs. Ich brauch ne bessere Position. Hab das Ziel. Verstanden. Unterwegs. Roger, zieh markiert. Kann loslegen. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Ihr Leutnant versucht zu fliehen. Ich bin drauf. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Den Schuss bereit. Okay, aufatmen. Du machst besser den Mund auf, Arschloch. Locker, wey. Ich rede. Ich weiß, wo ein vollbeladener Kartell-Heli steht. Sorgen wir dafür, dass ihn die Rebellen kriegen. Ja, später. Ich bin der Pilot. Wir sollten hier irgendwo Informationen finden können. Wir sollten hier irgendwo Informationen finden können. So. So muss das nämlich, ne? Bis auf, dass das so schön ist, aber ansonsten. Ich habe eine Rechnung für den Bau einer Tonkabine gefunden. Sicher für Pericos Radiosender. Sehen wir uns die Adresse mal an. Sicher. Ja, ich finde... Wir sind schon wieder. Wollte ich schon immer haben. Äh... Vielleicht darf ihr... Nein. 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 Gut. Euer Hubschauer. So. Und jetzt... Versuchen wir mal das da. Ich muss auch mal... 3. 3. Gettelt. Los! Komm! Rutsch! Komm! Wutsch! Schaut. Glaub schon. Ich glaube, wir bekommen jetzt eine gute Zeit. Geh in Position. Geh auf neue Position. Okay, Ziel markiert. Kann loslegen. Aber ein Ziel. Greif an! Ihr Leutnant rennt weg! Alter, nochmal überfahren, der Drecksack. Ah, verdammt, das war knapp! Runter, alle runter! Heli! Ich sitze, los geht's! Ja, ich hab einen Unfall gewonnen. Was ist das? 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 Silenzio, Marche! Sauber! Es soll sich herum sprechen. Es sind neue Sicarios in der Stadt, und jeder, der zu Santa Blanca hält, kann sich zu den Toten zählen. Sag deinen Jungs, sie werden uns erst sehen, wenn es zu spät ist. Okay, da klaro, pues! Mach ich! Mach ich! Meinst du, die Botschaft sitzt? Ich wette, der hat sich eingepisst. Seine eigenen Leute werden ihn auslachen. Wie werden erst die Rebellen reagieren? Okay! Ja, Mann. Aber krass, ich habe sogar eine zweite Chance bekommen. Ich meine, beim ersten Mal habe ich ihn nur in die Eier getreten, und daran ist er gestorben. Äh, kann ich ja nichts dafür. Ja. So. Ich will... wissen... Ah! Das ist die... Ah! Wow! ... Bis zum nächsten Mal. Tja! Ich will... Tag. Ich will... ... ... ... ... ... ... Hey, Sniper, seht euch das an. Ich hab schon mal Mausoleen gesehen. Und das hier könnte sie alle zum Frühstück verspeisen und würde nicht mal merken, wenn es sie ausscheißt. Sollen wir glauben, dass Renio ein Gott ist? Er tut's auf jeden Fall. Markiere Ziel, Umfeld beachten. Ziel gesichtet, markiere ein Tango, Zivilist in der Nähe. Zivilist in der Nähe. Zivilist in der Nähe. Das macht Finn. Mhm. Alarm hier drüben. Oh, mein Gott. Da unten... So, dann warten wir mal. Ich muss halt da noch mal schauen, wie viele da jetzt wirklich sind. Mit dem sind es fünf, markiere ein Hauptmann. Da muss man noch ein Tango... Da ist ein Tango innen von Zivilisten. Und der ein Schiff da drin... Ne, da... Ne... Da hast du... Ne... 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 Da muss ja nicht hier drin sein. Ah, hier ist das. Ah, die werden nicht sehen. Ah, die werden nicht sehen. Ah, geh ich da doch lieber hier. Ich schaute mal zuerst die ganzen anderen aus. Ah, hier kommt man nicht durch, oder? So vielleicht auch. Nee, kann man nicht durch. Gut, 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 gut. Gut, dann wird's jetzt Zeit für Action. Auf die Ziele achten. Da sind überall Zivilisten. Okay, bin unterwegs. Ich brauche eine beste Position. Verstanden, unterwegs. Ich hab kein Ziel mehr. Ziel markiert. Ziel verloren. Die bewegen sich jetzt auch. Die Drohne ist oben. Die bewegen sich nicht. Von Daten. Roger, Ziel erfasst. Hab kein Ziel mehr. Die bewegen sich nicht. Komm, komm, komm. Ich sehe das Ziel. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Kommt einfach her, dann seht ihr das Ziel. Mein Ziel ist weg. Okay, bin unterwegs. Ziel markiert. Geh in Position. Okay. Ziel markiert. Unterwegs. Bin schussbereit. Ziel verloren. Ich lege an. Das war ein Zivilist, du Genie. Halt den Mund. Shit, die haben uns. Wow. Wieso mussten die... Wo fahrst du so lange? Ja eben. Bei mir sammeln. Verstanden. Sie kommen hier lang. Sie sind hier. ja dann! Ja se enganzaron! ja manche sind sauber hier drüben im anflug hubschrauber auf den boden sieht aus als hätten wir sie aufgescheucht seid ihr okay man ich liebe den job wir haben sie aufgescheucht da ist einer mit maschinenpistolen das war es alle okay die batterie könnte man auch mal auktionen so ein trupp so widerstand level 16 brauche ich da also noch drei level töten effizienter das brauche ich auf jeden fall munitionskapazität fahrzeugzerstörung mache ich mal körper kein schmerz schusswiderstand ach da brauche ich mehr am futter machen wir mal hier kein schmerz und ausdauer machen wir das nächste mal so wir sind immer noch Genau. Ja, genau. Die sind weg. Was machen wir denn eigentlich hier? Sauber. Genau. So. Oh, ein ganz kleines Martin. Warum sind wir wieder gejagt? Ich glaube, das waren alle. Ich glaube, das waren alle. Es gibt Alarm. Ich habe den Alarm ausgeschaltet. 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 Also ich habe den Alarm ausgeschaltet. Ich habe den Alarm. Ich habe den Alarm ausgeschaltet. Ich habe den Alarm ausgeschaltet. hier ich sehe keinen wahrscheinlich alle Wow. Hubschrauber im Anflug. Hier ist ein Tango. Noch einen macht 5. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Guten Tag. Ich bin jetzt ein Pusch. Wow, einer kommt mit. Das ist geil. Wenigstens einer. Ich setze Drohne ein. Ich sehe einen Hauptmann. Ziel gesichtet. Warte mal hinter uns ist einer. Warte mal. Da ist noch einer. Wie kommt der denn jetzt da hin? Da nähert sich ein Helikopter. Da nähert sich ein Helikopter. Nicht nur ein Helikopter. Auf den Boden. Hubschrauber. Okay, es ist alles gut. Da ist eine montierte Waffe. Der Alarm ist deaktiviert. Gehe in Position. Such eine bessere Schusslinie. Ich hab das Ziel. Hab das Ziel. Einer weniger. Ja. 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 Das ist ein Helikopter. Das ist ein Helikopter. Hier drüben ist ein Narco. Wo hast du sie? Drüben am Lagerfeuer. Helikopter. In den Staub. Hallo. Feind markiert. Da sind glaube ich noch ein paar mehr drinnen. Da ist einer. Hat uns was. Ja. Passt auf. Die haben eine Alarmsicherung. Und da geht's dann weiter. Die Arschliche haben einen Mörser. Ja. Ja. Alles okay. Alles okay. Bei mir schon. Da nähert sich ein Helikopter. Ja. Da ist die ganze Helikopter schon da. Ist gut. Oh. Kann ich gebrauchen. Hubschrauber. Auf den Boden. Diese Hubschrauber. Wir sind ja nicht mehr gejagt. Warum bekreist er jetzt immer noch? Okay. Bin unterwegs. Brauche neue Position. Moment. Such eine gute Schusslinie. Ich sehe das Ziel. Das Ziel ist weg. Ziel markiert. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Bitte. Roger. Ziel erfasst. Hab kein Ziel mehr. Da kommt ein Helikopter. Tatsächlich. Unter. Alle runter. Helikopter. Ja. Das ist irgendwie komisch. Ich hab alle gesehen. Das ist irgendwie komisch. Markiere einen Hauptmann. Was? Ich geh auf neue Position. Ich geh auf neue Position. Ziel erfasst. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Roger. Es gibt Zeichen. Ziel verloren. Eröffne Feuer. Wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. Das sind die... Das sind Gegner. Ja. Schweres Kartell-MG. Da. Auf dem Schießstand. Jo. Wart geht. Heli im Anflug. Hä? Auf den Boden. Hubschrauber. Auf den Boden. Locker bleiben. Alles ist gut. Auf den Boden. Äh. Was macht das denn da? Genau. Wir haben Alarm eingerichtet. Was will ich da sehen? Ich will's nicht mehr sehen. Heli im Anflug Warte also ich steig noch mal hinten rein und mach ihn kaputt Guten Tag noch mal nachschuh dann haben wir erstmal alles da kommt ein Heli Alarm ist aus ich nehme jetzt einfach die Strafe rein bevor ich jetzt irgendwie noch mal mich festbacke Seid ihr ok? Mann ich liebe den Job 98 eine Fotografie des jungen DJ Perico mit seinem Bruder Manoto in Los Angeles Ende 90er der schwerfassbare mexikanisch amerikanische DJ sendet in Bolivien seit Santa Blanca sich dort angesiedelt hat und versucht die Moral mit Katem mit Glieder zu heben so und jetzt würde ich sagen holen wir uns den letzten Nachschub und sind im Mausoleum fährt gut das war's gut wow die 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 Bis zum nächsten Mal.